Hallo zusammen und ein herzliches Willkommen zur Adventskalender Tür Nummer 11 des Adventskalenders 2023. Heute geht es um die Vorsätze für 2024. Bevor ich euch die Vorsätze erzähle, möchte ich euch daran erinnern, dass ihr diesen Kanal hier abonnieren sollt. Also bitte abonniert diesen Kanal, drückt auf den Abonnierbutton, drückt auf die Glocke, damit ihr in Zukunft kein Video mehr verpasst. Und jetzt geht es weiter mit den Vorsätzen für das Jahr 2024. Also, als erstes möchte ich den Vorsatz machen, dass mein Kanal deutlich besser wird von der Qualität her. Ja, das ist der erste Vorsatz. Mein Kanal soll deutlich besser werden von der Qualität her. Und ja, so soll es sein. Der nächste Vorsatz ist, ich möchte anfangen mit Endorsements. Normalerweise habe ich immer gesagt, ich möchte keine Endorsements, aber das soll sich jetzt ändern. Und für 2024 möchte ich den Vorsatz machen, dass ich Endorsements haben will. Der nächste Vorsatz ist, dass ich wie immer freundlich, nett und gut mit anderen Leuten umgehe. Ich möchte, dass ich immer sehr freundlich bin und ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Vorsatz, den man nicht unterschätzen sollte. Also von daher versuche ich immer das Beste, freundlich und nett zu den anderen zu sein. Ein nächster Vorsatz wäre, dass ich weiterhin mein Leben so führe, wie es gerade ist. Und ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Vorsatz für das Jahr 2024. Dann für 2024 ist der nächste Vorsatz, dass es ein paar Equipment-Wechsel geben soll am Schlagzeug. Und ja, diesen Vorsatz möchte ich auf jeden Fall ausführen und ich hoffe, dass mir das auch gelingt. Und es gibt zwar da noch andere Vorsätze, aber die möchte ich jetzt hier nicht erwähnen in diesem Video. Und somit war es das auch schon. Vielen Dank fürs Anschauen. Vielen Dank fürs Abonnieren. Und wir sehen uns dann morgen im nächsten Video wieder. Ciao.